Nach dem Geschlachter sind, wie ich's dachte, Höllenbarone angezählt. Machen uns keine Sorgen, vielleicht schon morgen sind wir dann obenauf. Da die Hölle grad Dreck frisst und Alistair weg ist, er floh mit eingezogenem Schwanz. Natur scheut das Vakuum, somit gibt's Platz für mich und dich auch. Die Zukunft der Hölle gehört jetzt in Wies.